aber ich sehe kein geilen zeichen das wird witzig ob ich das schaffe, nach Vara zu kommen, lass es herausfinden wenn ich Osten reize, ich muss ein bisschen nach Südosten so leicht zwischen Osten und Südosten und hoffen, dass ich Richtigkeit wir schaffen das Chat die Reise nach Vara 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 Und dann werde ich unten links im Stream so reinlaufen und sowas Witziges machen. Aber ich muss mir so ein Plugin, glaube ich, holen. Weil ich das zufällig... Ich will jetzt nicht nach Commando abspielen, sondern ich will das zufällig haben. Und das ist ein bisschen Struggle, aber machbar. Mein bestes Pferd allah hier. 72. Hi. Ich hoffe, ich gebe es keine Ahnung. Weil hier ist ja PvP aktiviert und alles. Oh, hi. Und dann? Wochenende. Wochenende. Noch vier Tage. Ich bin auf dem richtigen Weg. So, dass mich keiner verfolgt. Nichts, dass mich ertöten würde oder so. Kriege ich mir ganzes Zeug. Und da kann ich das. Und dann muss ich die rede. Die Hände, die Schweine. Die Warp Node. Muss hier eine Grenze sein, oder nicht? Oh, hier ist eine Straße. Wie heißt das denn hier? Der Ort. Elusive Avengers. Was hab ich gesehen? Hier. Okay, einfach weiter Osten. Easy. Okay. Dann hoffen wir mal, dass sie nicht ermordet werden. Gar keinen Bock, ermordet zu werden. Dass hier keine Monster rumlaufen werden, mich auch irgendwie. Okay? Okay. 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 So, jetzt kommen Sie dann mit dem Schiff. Bambi Was ist das für Riesenbäume hier? Was ist hier los? Ja, was ist denn hier los? Tja, wir müssen noch zurückfinden danach. Wir müssen ja noch zurückreiten. Das ist das Witzige. Oh Gott, ich dachte neben mir reitet es jemals. Ich bin ja schon. Da muss ich mich rechts halten. Geh weg, doof und Schweine. Schau, was lief diese Wildschweine. Oh Gott. Geh weg. Ich fühle mich immer noch. Geh zurück. Geh weg. Wer ist denn der Ort hier? Bad Company? Muss irgendwo hier und her sein, oder? Ja, Bad Company. Das heißt, Vada kommt gleich. Sag mal, dieses Wildschwein. Holy shit. Oh Gott. Oh. Oh. Alles am. Das ist ein weiterer Weg. Okay, so jetzt rechts. Das ist too much. Okay. Cool. Ich hab's weggezaubert. Sick of it all. Was? Ist so ein kackdorf irgendwo hier. Sick of it all. Wieso find ich das nicht? Wie viel Bad Company gibt es? Holy shit. Die sind so klein, dass sie hier gar nicht drauf sind. Wir sind an den Bergen hier. Das kann nur zwischen den Bergen sein hier. Ich hab' ich schwer verfolgt. Muss doch nicht. Ganz schön. Aggressiv, Alter. Wo ist ein Pferd? Oh. Ist nur ein Bock. Okay. Ich habe es nicht gesehen. Es soll ja in der Richtung sein Es soll in der Richtung sein Ich kann hier und bringt einen happy style 1 Das kurrisches Ziel hier nicht auf der MG appearance 4 5 5 7 Ok, neuf Ey Slayer, grüß dich Wo sind denn so ein Zero? Ich hab leider kein Content mehr bei ZZZ Ich brauch neuen Shit Ich würd schon gern spielen So ist nicht Sad, ja man, ich weiß Aber 1.2 kommt dann, oder? 1.2 Da freu ich mich schon Hm Da ist doch hier irgendwo, oder ne? Vater, wo bist du? Oh Gott Ist so steil für's Pferd Bad company Ich kann mich doch auch, oder? Boah. Okay. Okay, okay, okay. Das ist das Leben in Late-Stage-Captions. Scheiße, was... Aber da, Pong, ey. Bussi. Das ist das Leben, das ist unsere einzige Option für ein Leben. Für Frequenz, mein Duplicate bringt mir meine Ration von Trough Slop. 100% Process. Dann gehe ich zum Job als ein Plasma-Donor. Um zu passen, ich watch meine favorite 24-7-Lifestream. Yo, es ist Dystopian, und heute werden wir siphonieren memory von einem Duplicate. Hopefully, es ist etwas gut. Oh, ein Trauma. Das ist Wack. Late-Stage-Captions. Bis zum nächsten Mal. Bada, wo bist du? Bada, wo bist du? Was ist das? Schmeier, ne? Und gut. Nein. Oh, nein. Okay. 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 Ganz langsam hier? Nein? Kommt langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Gutes Pferd. Machst du super. Nicht aufhören. So was? Ah, nicht viel, oder? Gleich meint er da. Ein Prozent von deinem Gehalt. Aber glauben wir ihm das? Ja. Schon heftig. Vielleicht. Ich glaube ich muss zurück, oder? Harper Corp. kohlen company no way bin ich hier kann auch hier sein so gibt es hier keine Wegschilder man ach du hast ein Wegschild na Fahr da in diese Richtung aber da muss ich da euch ja kommen Dann muss er zurück. Dann muss er zurück. Dann, 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 dann. Dann, dann. Dann, dann. Dann, dann, dann. Dann, dann, dann. 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 Opa! Das ist doch richtig! Oh! Bada! Holy shit! Ich hab's geschafft! Ich hoffe wir sind alle freundlich! Ich hab's geschafft! New Discovery Wada! Jo, ich hab Loot für euch! Ich hoffe die sind alle cool! Ich weiß wie nicht los, aber... Hier ist dein Paket! ... 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 Ich habe den Schwilligen an da. Hallo, man. Yo, was, was going on there, man? Wow. What the fuck? Ich habe Banditentöten. Ich glaube, ich kann Banditenten finden. Hm, was machst du denn in Vardar? Ah, ich wollte erkunden und mir halt Kurithis Splinted Armor kaufen, aber ich habe mein fucking Geld vergessen. Das heißt, ich muss hier jetzt Banditen killen. Aber ich finde die Banditen nicht, das heißt, ich muss mit Zorn mit anfangen. Das ist ein Bronzo da, ja. Ich glaube, das kann ich wegschmeißen. Ich hole mal Zombies. Zombies müssen mir angezeigt werden eigentlich. Nein, theoretisch. Fuck. Hörst du mir in Ruhe? Hörst du. Warst du mein Vardar, Danny? Warst du mein Vardar Warst du mein Vardar Warst du mein Vardar Warst du mein Vardar Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum Wüß. Schauen wir uns gleich in der Nähe. Dann farme ich den Köpfe da auch direkt. Ich mache fünf Köpfe. Ich nehme alles, was ich kann. Aber es ist ein Wunder, dass ich das gefunden habe hier, Alter. Vada ist so versteckt, Alter. Das ist so verwinkelt hier in dem ganzen Wald. Das ist heftig. Ich muss mal von Glück sprechen, dass ich das gefunden habe. Versteck mich mal kurz. Nein, ich muss da. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, ein bisschen ist was wert. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Kopf abgeschlagen mit dem Knopf. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Null. Nice. Ein Gold? Ja, das geht doch relativ schnell. Ist gut. 2,50 brauche ich. 2,50 Gold. Super. 2,50 brauche ich. 3,50 brauche ich. 3,50 brauche ich. 4,50 brauche ich. 4,50 brauche ich. 5,50 brauche ich. 5,50 brauche ich. 5,50 brauche ich. Das ist so, die Gnuch haben. Können wir mitnehmen, sie jetzt selber. ist auch noch was, gerne so, sollte genug sein plus Mission noch so, sollte genug sein Dankeschön und tschüss. Ich mach mal ein Pferd kurz. Bumm, ja easy, sollten 2,50 Euro sein. So war es, ne? Kurita Splinted Armor. Oh, das Samurai-Ding. Yo, das ist geil. The fuck? Samurai-mäßig? Das ist cool. Leder. Wo finde ich denn hier Leder? Sollten wir zuerst, ich glaube wir reiten ein bisschen zurück nach Meduli. Hilfe. Weil da weiß ich besser, wo das ganze Zeug ist. Wo du es umzubauen. Wie machen wir das? Wir reiten einfach. Nach Westen? Am besten. Der Rest wird mir häufig nicht selber da raus. So lange wir in der Wüste landen, ist alles gut. Wald kann auch schön sein, weil Licht. Also wo ich hergeritten bin, ich bin zu weit nach Südosten abgedriftet. Ich hätte einfach direkt Osten gehen müssen. Ich war zu krass nach Südosten gegangen. Deswegen habe ich mich fast verlaufen, aber ich habe mich an den Gebäuden orientiert. Die sind auch wild, ich, ich, da sind zwei Leute drin gewesen. Ich habe hier gechillt, links. Plötzlich kommen die raus und beschießen uns nur mit Feuerbällen. Sind wir schon abgekommen? Oder war ich ein anderer Typ? Haben nur kurz gequatscht. Ah, hier sind doch Banditen. Ich habe dich gesucht vorhin, die Arschleer. Ich muss noch mal Pause füttern. Gibt es eigentlich einen Weg hierhin? Also als... Gibt es einen offiziellen Weg zwischen den beiden Städten? Ich vermute mal nicht, oder? Wäre der böse? Ich muss kurz... Gras farmen. Okay, hier gibt es wahrscheinlich kein Gras. Okay, weiter. Schön. Bist du, weil es kein Gras gibt? Nicht gut. Okay. Bölschweine. Geh weg. Okay. Okay. Hier abschütteln, indem ich einfach hier Daisy konnte man auch früher, Zombies zu abschütteln Nehmt einfach, wodurch das Environment läuft Leider nicht Wow Wie asozial, Alter Tumme Outlaws, Alter Steck sich im Boden Okay, aufhören mich zu verfolgen Dann kennt ihr das Einer hat schon aufgegeben Dummes Ding Oh, toll, noch mehr Ne, der sieht anders aus Der Range ist heftig von denen, what the fuck, ne? Aua Okay, jetzt rechts Natürlich Brauchst du einmal das jetzt weg Ne, der eine vorne Das war nicht echt der Shizu Das war nicht echt der Schwein Hier war ich mal, Louis Ranger Ja, hier war ich mal, okay Hätte ich eigentlich nur außen gehen müssen Na, hier war ich schon Na, hier war ich schon Ich bin voll falsch geritten Als ich hier ankommen bin Das ist einfach nur geradeaus, da bin ich schon da Sehr gut, sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ich brauche meine Ausdauer. Kann ich hier Gras farmen oder? Endlich. Ich brauche meine Ausdauer. Wow. Was bist du für eine? So, Kudos. 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 So, A Bless. So, Kudos. So, Kudos. So, Kudos. Was sind Turndogs? Okay. Ich dachte schon, es sind fette Bären oder sowas. Endlich wieder zurück in meine Gegend. Also ich denke mal, morgen sind wir offline. Morgen ist es schon offline. Und am Mittwoch spielen wir Once Human. Dann Donnerstag wieder auf. Und Freitag weiß ich nicht. I don't know. Ich denke mal. Untertitelung. BR 2018 Irgendwo gerade aus die Stadt Hallo Sir Ciao Bis einmal in meinem Heimat-Town wieder Ist hier alle wieder Alle wieder cool hier Sobald du aushalte wüste bist Alle Aschle Ah Shit Dominik Sobald du aushalte in meinem Heimat-Town Hallo Sir Nein Wir sind wieder zu Hause Hallo Sir Ich brauch mehr Leder Gibt es nur Leder Ja Für Lutz Wir haben ein Schwein hier gesehen 16 Gras 20 Gras 3 4 5 4 5 6 das ist nicht so heftig nice turner oh wow das ist cool ich weiß nicht mehr hier home sweet home home sweet home okay oh sweet home home sweet home oh 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 ach ja wieder zu hause war ja man gott sei dank da viel besser hier jetzt level wir erstmal die ding hoch kurite nee kurite splinted ammo auf 50 60 70 irgendwie sowas wie war der partfinder auslöke er war schon war schon nice also 50 achso ja nee lemon jetzt das war ja 50 genau war schon witzig weil es schon cool wenn du selber raus wenn du selbst findest ohne dass du dich auf der map siehst ich bin zuerst ich war erst hier genau wir sind avengers beim avengers tower war ich und ich habe einen fehler gemacht ich bin halt südöstlich gelaufen so weit südöstlich bin ich hier irgendwo gelandet habe ich hier rum geirrt und dann habe ich halt auch gute häuser sind dann bin ich nach Norden gegangen und habe ich es gefunden letztendlich das war eigentlich cool jetzt müssen die map kämen ist schon nice der helm sieht schon geil aus aber es hat leicht ne ach nee stimmt gar nicht jetzt kommt das geile crafting game wieder jetzt kommt das geile gameplay Scheiße, das ist zuviel. Ist zuviel ausgewiczt. Kann ich direkt da. Ich glaube er meinte aber gar nicht mich, der hat so geantwortet. So, hier chillen ein paar Schweinchen. Ist doch der einzige Spot, wo Schweine chillen, oder? Tut mir leid. Schweinchen, gut, 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 wo seid ihr? Wo seid ihr, kleine Schweinchen? Am ersten Mal, wo ich hier war, habe ich so viele gesehen davon. Ich hole mir diese hässlichen Hunde da vorne. Ah, die sind Wildschweine. Boah, ich muss aufs Klo irgendwie. Was töten hier? Ach, die sind die Bergwildschweine. Ah. Ach, die droben das gleiche Leder. Auch gut. Oh, 2k, oder? Sollte reichen. Oh, 2k, oder? Ach. Schon's habebekommen. Ja, ja, ja. Oh Simon. Danke für den Raid. Grüß Gott A.K. Classic Dankeschön, Raidman Wie war dein Alles geklappt, so wie du wolltest? Classic zockt sich durch Model Online 2 Und teilt dabei eine Riese Classic mit euch Oh, geil Ne, aber besser Sehr gut, sehr gut Ich hab vorhin auch meine Reise beendet Ich war hier in Ich bin von Meduli nach Varda geritten Oh, das ist halt das Geile Du weißt halt nicht, wo du bist Und ich fand's halt ziemlich cool Ich hab's echt Ich hab tatsächlich geschafft, nach Varda zu reisen Haben mir dort ein Buch gekauft Und wieder zurückgeritten Das war echt ziemlich cool, also Schon ein kleiner Magic Moment Das ist ein fetter Wald Mit riesen Bäumen Straight aus der Tango Titan Ist ja nicht cool Tja, jetzt klein ich das Buch Keinen großen Fortschritt gemacht Aber angefangen das System zu verstellen Mit den Skills und so Ja, das Skills Ja, das Skills ist heftig Das hat mir Danny erklärt Letzterweise Auch sehr lieb von ihm Direkt der Dude Ah, ich hab das Anfang gar nicht Ja, ja, genau Genau Der hat echt gut geholfen Also, jetzt check ich's auch Das System Das war echt hilfreich Ich glaub, hätten wir uns nicht erklärt Ich wäre, glaub ich, immer noch Unwissend Zu Skills Es ist schon Es ist anfangs verwirrend Aber Wenn du's drauf hast Ist es schon ein cooles System Ist schon cool gemacht So ist es nicht Ist schon cool Das ist ein Gedückthaltes Spiel Hab's nur auf Eliminated Armor Crafty 50 Müsste kommen Na komplett Armor lernen Bin noch Bin noch weit weg Vom Verstehen Aber wird besser Ja, wird schon Wird schon Wird besser, glaub ich Schlaf Bei mir war's so Danny hat mir alles erklärt Ich bin schlafen gegangen Bin aufgewacht Und wusste mehr Du musst erst mal Du musst erst mal schlafen Und dann verarbeiten Und dann wird es Besser Weil ich Mein Kopf hat gebrannt Wenn Danny mir alles erklärt hat Aber Jetzt macht alles mehr Sinn So läuft 40 Sehr gut Ja Morgen mach ich das mit den Videos Ich glaub es gibt so ein Plugin Wo du das machen kannst Für OBS So hast du ja Grau Simon Schau's auch zu Ich weiß nicht Ich kann's dir kurz zeigen So kleiner Warte mal Ähm Was machen wir Ähm Ich zeig dir das hier Warte Da Das ist ja bei Haha Es läuft Es kommt gleich Wir müssen noch Karten das Video Ja wo bleibst du denn Habst du lange gewartet Ah jetzt Hahaha Geil Ja man Und das muss Das muss Es kommt halt Und links im Stream Und links Komm ich Dann tauch ich sie auf Und dann kommt es halt Weißt Aber ich muss halt noch Äh Nicht mega Danke danke Ich hab so drei Videos Hab ich gemacht So verschiedenen Sachen Hm Ich muss halt nur Das schwarz weg machen Das ist easy Und halt Nur halt Das ist halt Hahaha Ich muss das schwarz weg Das schwarz weg machen Das ist easy Also dass ich nur ich Zu sehen bin Ich muss halt nur Hoffentlich mit dem Plugin So machen Dass ich halt Random Nach bestimmten Zeiten Auftauche Ohne dass ich irgendwas Machen muss Das wäre ganz falsch Wenn das einfach Random auftaucht Oder dass ich Random auftauche Einfach Hey Tequila Danke Lörp Croissant Croissant Ach Und du bist Armor Crafter Äh ja Ich habe Waffen verlernt Und ich werde Armor Bei Armor finde ich Also Waffe ist schon cool Aber ich finde irgendwie Es ist Es ist Es fühlt sich mächtig an Wenn du deine eigene Rüstung baust Und es fühlt sich cool an Und so Habe ich schon viel Bock drauf Waffe ist natürlich auch wichtig Aber Rüstung sieht schon Rüstung kann auch ziemlich geil aussehen Oh shit Ich war zu viel schon Okay Machen wir zwei Level weg Ja Vor allem Armor sind mehrere Teile Ist also teurer Ja das stimmt Ja das stimmt schon Muss ich hier aufpassen Muss ich Äh auf Effective Skill Level 50 Oder muss ich hier gucken Skill trained to Level 46 Das ist schon 50 Jetzt ne Sozusagen Nicht dass ich jetzt Doch nur 46 bin Kleiner Tipp Armorcraft Über Level 70 Lohnt nicht Richtig aber ich Ich brauche Ich will eigentlich Plate Armor machen Dafür baue ich halt 50 auf Laminated Aber Plate Armor Mach ich dann halt Level 70 Weil Mehr baue ich nicht Noch mehr Duration Äh Mehr Haltbarkeit Ich habe Ich habe Gehört Ich habe Oft gehört Dass man Nur Level 70 Machen soll Und der Rest Muss ich nichts Aber ja Davor stirbst Ehehehe Da ist es auch Wieder Okay ich glaube Ich könnte jetzt Plate Armor machen Excuse me English Do you speak Spann Habe ich nicht gehört War aber Wichtiger Wegen Durability Yep Habe auch Gett So Bitte geh rein Bitte geh rein Ja Plate Armor Plate Armor Plate Armor Das mache ich jetzt auf 70 Aber Endlich kann warten Also Buchleich so Jetzt muss ich Zwischen 4 Rüstungen entscheiden Sozusagen Gehe ich nach Drip Oder gehe ich nach Stat Drip Oder Stat Was meint ihr Ne Die sind Secondary Aber ich muss ja Buch Um das Das Rezept Muss ich ja erstmal Merc Plate Hast du mich Deins nicht Merc Plate Ja Du meinst Merc Plate Immer Merc Wieso immer Merc Ist das PvE Rüstung Dass du viel Aushältst Over the Armor Was Overall the Armor Ah ok Das macht am meisten Verteidigung Weil ich Warte mal Ich will Ich will nur wissen Wie die anderen aussehen Von Bildern her Tint ist am billigsten Weil du es in Meduli Tower Kaufen kannst Oh ok Fuck Ok dann Fuck Syndrome Oh shit Ah danke Simon Das mach ich später Ähm Dann schufen wir jetzt mal nach Riza Soldier Armor Bei uns Mann Ich kann jetzt aber Gute Bilder eingeben Oder Oder Das ist die Rüstung Ach hier Warte mal Und die Draco Ist zu teuer Obwohl Nur noch 250 Gold Ah hier Mal passt der Zergleich Oder was Draco 1K Das ist jetzt auch Ne Was anderes Glaub ich Meint Merk In den Post Nach unten scrollen Oh shit Danke Sieht auch cool aus Kurite Splinted Full Sail Sieht schon geil aus Played Armor Mercenary Das hab ich Riza Syndromic Na gut Sieht jetzt alle Gleich aus Hat nicht Das hat doch Dingern gehabt Gestern Hier Bronto Bronto hat doch Die Rüstung Draco Der Helm Den Helm Erkenne ich wieder Na gut Da machen wir Ich glaube Jetzt wird Mercenary Ich mein Die sehen Eigentlich Alle gleich Cooler aus Ist jetzt Nicht irgendwas Was krass Cool ist Eigentlich Sieht alles Gleich aus Von daher Bleiben wir Bei Mercenary Man kann auch Unterschiedliche Pieces Mischen Ja ich weiß Ich weiß Stimmt auch Wieder Aber die Stats Da bleiben wir Bei Mercenary Das passt schon So Wo krieg ich Mercenary Buch her Vielleicht hier Zufällig Zum Teufel Bin ich Gerade Zum Beispiel Beste Slashing Death Als Arme Naja Ich verstehe Im Tower An der Küste Okay Danke Scheiße Wie kostet der Weißt du Zufällig Hast du Mercplate Beim Broker Oh Shit Jetzt gebe ich Am besten Wer ist Das Buch Dafür Unter Items Bücher Ah Skillbox Mercenary Plate Armour 69 Gold Müsste ich Fast haben Ich weiß Nicht Nein Okay Ich weiß Was ich Mache Sword By Coast Ich habe 48 Gold Okay Ich weiß Was ich 65 65 Okay Du hast 4100 Silber Das sind 41 Gold mehr Ach muss ich Kann ich umtauschen Muss ich umtauschen Tatsächlich Oder zählt das trotzdem mit Wenn ich es einfach kaufe Nee muss ich nicht umtauschen Okay Boom Geil Okay cool Vielen Dank Aber wir müssen jetzt trotzdem Warte ich jetzt Lass ich trotzdem mein Skillbook jetzt noch drin Nee gell Plate Armour Ist scheißegal Weil ich jetzt eh Plate Armour bauen kann Nein You need to know the skillplate Armour crafting Ich muss Level 60 sein Aber über das Buch Ja Das heißt ich muss warten Ich habe keine andere Wahl Ich habe Ich habe keine andere Wahl Ich muss warten Also ab auf die Bank damit Ja Das heißt ich kann aber schon mal Kann ich rein theoretisch schon mal Material sammeln Für die Mercenary Plate Armour Kannst dir für 10 Gold Das Tindran Book kaufen Das kannst du vielleicht schon lernen Das war im Tower Dann kannst du damit die Plate Armour pushen Bis 60 Und dann das andere Buch Hier Schauen wir mal kurz Hast du das Buch auf die Bank gepackt Ja habe ich ja Ja Da kann es gegankt werden Ja ich habe Wow Ja schon Ja ich habe es in die Bank getan Ich glaube du warst der Falsche Ich war heute Anfang des Streams schon hier Let me show you Ja Nice talking to you I have what you looking for Children Night Arbor ne 32 Gold Ne was Doch Fuck ich habe so nicht Geld dabei 32 Gold Ich habe nicht mal 32 Gold Ja da würde ich sagen scheiß drauf Ich warte bis das Dann sammle ich schon Materialien dafür Weil morgen spiele ich nicht zum Beispiel Morgen spiele ich kein Model Online Mittwoch spiele ich Once Human Donnerstag spiele ich nicht Freitag Wahrscheinlich wieder Model Online Weil das ist das Freitag Müsste ich eigentlich Vielleicht das Level haben dafür Jo bis dahin hast du 60 gelesen Ja sehr gut Sehr gut Sehr gut Done Das tue ich schonmal ganz viel Leder sammeln Ganz viel Leder sammeln Oder ich Ne Warte Kann ich Kann ich Heavy Arm Plate Arm Mit Leder bauen Wisst ihr was ich meine? Wie ich davor schon geledet habe? Oder musste ich Bone Tissue Ist Bone Tissue besser ne? Oder kriege ich mehr davon wahrscheinlich ne? Für die Zombies Einfach auf Graveyard Ja Da haben wir gleich die Quests mit oder? Kein bisschen Äh Bisschen Leveln Quests Und so Zeit wie vor haben wir noch? Eine halbe Stunde haben wir noch Perfekt Wir haben ein bisschen spät Heute aber ey Man kann nur eine Quest annehmen Oh man Geil Jolo Hallo Zombies Hi Ich wurde vergessen Ich weiß noch wer verstorben ist Ähm Ach Diese Spiele Trilogie Ähm Diese Horrorspiel Trilogie Wo wir zwei immer spielen An Halloween Ja Dieser Sprecher Der Alte der mit Gang rumläuft Der ist verstorben heute Weißt du Intro CoM into Ja 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 itan Ja 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 пожiv Scheiser Ein Jetzt Ja ist Ja Genau, passt Geil Oh ein Tissue Wow Wer schlägt mich da? Dumme Sau, schlag mich nicht Oh Yo Der Oni mit dem Raid, vielen Dank Eigentlich dürfst du mich gar nicht raiden, du verrückter Hund Er hasst mich und raidet mich immer noch Nice, Spaß Wie war dein Stream? Alles gut Ja, Evil Jumper grüß ich Wegen dir Oni habe ich voll Bock auf Sam Days to Day bekommen, gell? Ich habe auch gestern ein bisschen gespielt gehabt, das 1.0 Update Ist ziemlich cool, ich habe vor 1.0 auch gespielt, damit ich gucken kann wie so die Änderungen sind Und 1.0 ist echt gut geworden, finde ich Also Ich finde schon nice Wie kommt man physische am besten runter? Boah, da fachst du den falschen 2.0, Simon Vielleicht ist Danny noch im Chat War nice, aber muss leider off, morgen früh und länger Geil Sehr gut Es ist immer scheiße, wenn man offline muss, gell? Wieso muss man arbeiten? Also wenn es in deinem Fall ist, arbeiten Einfach Full-Time-Streamer werden Also wenn ihr Bock habt, ich miete einen Server Dann kann man Ah! Warte mal, kann man nicht? Kann man nicht für free zusammenspielen? Entwüß dich, ab auf den Friedhof Einfach was anderes Ich dachte, 7 Days to Day kann man zusammenzocken Doch, aber der Host muss dann immer da sein Ah, ich verstehe und wenn du mietest, ist es frei sozusagen Ja, muss nur überlegen, ne? Ja, muss nur überlegen, ne? Es ist nicht direkt reinpain oder sowas Nicht das so unnötigerweise oder so Genau, dann könnt ihr auch ohne mich drauf Ich verstehe, ich verstehe I see you, I see you Also ich werde so oder so Server mieten Ah, achso, okay Interessant Ich habe bis jetzt immer 7 Days to Die Coop Äh Interessant Immer Solo gespielt Wie ist es denn im Coop Modus? Was kann man da Was erwartet man da? Ich finde, das ist ein super erneuern Ich weiß nicht, hast du die 1-Modul-Version gesehen? Nein Also es ist vergleich zu damals komplett anders, Digga Nein Das ist so geile Pferdetaschen So, wenn wir Kart wieder facken Ich zimmere hier kurz, Miro Komm ich wieder Bis ui Ohne ich dir noch eine gute Nacht geh Dank für den Raid Eine gute Nacht Oh, ein Hammer Oh mein Gott, wie viele Zäume sind wir vorhin Jesus Ach, der versucht Reitensquist zu hören Da komm, ich glaube, der fahrt so ein bisschen Hallo, Monsieur Hab ich dich gekillt? Ich hab dich gekillt Oh mein Gott, Fährtaschen ist so geil Holy Shit Ich kann so viele Luten Ist meine Waffe kaputt geht's Oh ja, nicht mehr lang Ist meine Waffe kaputt Kostet eigentlich, blocken auch Haltbarkeit für die Waffe Vermutlich, ne? Kann ich mir schon gut vorstellen Bitch Oh Oh Schon gesagt, wir mussten ihn mir gut Easy Easy Ich hab das Fleischstück in der Hand Hau ich zu Ey Blöde Sau Ich hab das so gehört Stopp, time out, time out Ich muss kurz Stopp, 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 stopp Oh, ich dachte, ich dachte, ich hab das Bound-Tisch übergeschmissen Ich hab's Panik gehabt Panik in der Titanic Komm zu mir, ich kann, ich kann, ich komm du zu mir Komm zu mir, Ress, wenn du an Kürschen trittst Ach, stimmt Ja, das Ding gibt's ja auch noch Ja, du hast recht Das Ding gibt's auch Ich hab voll vergessen Dann komm einmal Pferd Ich vergiss, dass es das Bound-Tisch gibt Jetzt müssen wir so langsam Ich muss einfach nur mein Pferd beschützen Dann kippt er Das ist schon klar Bandage immer gut Danke für den Tipp Nochmal eine Eisänderung Hab ich vergessen Aua Nein Aua Ich will nicht wuscheln, gericht Oh Oh oi oiuiui your pet can't carry so much Butchertisch ich komme Ich muss nur kurz finden, irgendwo gab es sie doch mal Irgendwo habe ich sie mal gesehen Ja Ah, da ist es Jawohl Das gibt hole Shirt wie viel das gibt Damn Das wäre echt so Das packe ich in die Bank Bank Zusammenrufe Ist morgen nicht Honk ein Starry? Morgen? Bei dir? Ja morgen Auch dauerndsack Ach heute Montag Jo Hitze Da ist zu Ja Lecounter war auf jeden Banner Geil Geil Was bedeutet? Also wenn der Angriff wird Kann ich das sogar Also wie Wer ist das? Der Roboter? Klar, wie ist die? Kleine Der Roboter Aber ohne Ulti halt ne Sozusagen Oder was wollen wir das tun? Hä? Wo ist das Fleisch jetzt hin? Okay Entschuldigung, ich muss gar nichts machen Die haben Kann ich ja alles für mich Ich geh jetzt mal den Quest abzugeben Die Die Rollo Kampagne Ja Ja. Das stimmt. Füße? Wir haben jetzt schon. Naja, passt schon. Für ein Nicht-Horio-Verse-Game. Ist schon in Ordnung. Okay. Ja. Ne. Aber Achtung, Butcher Table nimmt die Skillpunkte. Oh ne. Hä? Was? Da mach ich einfach Minus rein, oder? Ich mach... Ja, ja. Ne, ne, ich hab... Ne, ne, ich hab noch einmal Minus drin. Ne! Minus, Minus ist gleich Plus. Kann man da ja später machen, wenn man welche braucht. Ich werd zwar gestern safe. Bis Freitag. Du meinst lieber jetzt rein. Das schon abgeht. Laber. Wingen. Was ist das? 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 Ja, ich bin jetzt noch. Chat nicht, woran das geschehen wird Ich bin nicht verrückt I.K.A. Ich bin verrückt Okay, ich unmute dich Pech gehabt Was? Nein, nein, was? Nein, 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 nein Was? Ich brauche mehr Gras, ja Gras Ich habe keine Miete in diese Karte, ich nehme trotzdem Gras War ein Gras auf der Tankstelle? War ein Gras im Supermarket? Ah Geil Wenn ich nicht so brauche, ich komme dann Let's go Ja Was? Darf man gar nicht haben, ne? Der hat drei Ha! Geil, okay Ja, okay dann Ist es nur drei pro Person? Haushalt? Lol, okay, krass Ja, hab ich mich erschocken Und äh Du warst nicht da Was zum Wieso füge ich die Musik nicht weiter? Mensch, Simon Füge ich die Musik nicht weiter? Gang, gang Ich muss noch die Story spielen von Chiori Die ist ja auch immer die neue heißt, ne? Changli Songli, Alter Also Also Schöne Echt so, Alter? Su, Su, Anle Su, Jan Songli So So Meine Schnuckis Ich geh mal auf Serie Und dann arbeiten Euch noch einen schönen Abend Danke, Simon Dir auch noch einen schönen Abend Mach's gut Ey, yo, da gibt's ein Bison Stop it What the fuck? Was ist das denn? Was ist gerade passiert? Also morgen arbeiten Okay Ich zähl Drei Zwei Eins Jetzt War das sein Bison? Oder war das von dem sein Bison? The fuck? Nichts bekommen Schade Jeden Tag einpull Komm, einen Run machen wir noch und dann Heißt es Auf Wiedersehen War's am Donnerstag? Ah Ah Aber auch bei dir Der Typ ist immer noch hier Okay Naja Schlimmer ist Schlimmer ist Schlimmer ist Schlimmer ist Nee Ja Und dem gesagt, bitte Hm Okay, okay Ich glaube ich das kann Motor Ich Motor Nee 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 Haha Was ist denn? Der Typ macht es gut Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Na, ja announcements Mir семь Ja, ja, ja Na, euślę Ja, ja, ja Ja Das kann man ich hab ich bin eine stufe gegangen ich weiß ich kann 80 machen aber digga auf 70 viel angenehmer du brauchst ja auch zeit oder so bescheid wie wie kommt das wie meinst du dass ich runter gegangen bin nee der kam doch noch so scheiße lange wenn das problem ist dann ja ich mein ich kill ihn irgendwann aber aber es macht keinen spaß zehn minuten dazu kämpfen mal da echt so oder 20 stunden kampf so die scheiße god bless amerika jetzt bin ich zu schwer gell ja amerika ja heute hast du bei beiden spiele genug puls okay ja okay oh da nice gut ja 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 okay den einen skin ja der kostet ja eine skin hä was 26 euro für den skin bist du verrückt jetzt warte aber auch wo sind die billiger bist du bescheid ich hoffe doch sehr alter also du hast alle anderen charaktere noch zubekommen ne als geschenk du hast was nicht bekommen oh mein gott verlang dein geld zurück lass es von der steuer absetzen haha jetzt bist du zurück muss steuerrekehrungen machen ja ich bin kurz weg okay dann verabschiede ich mich mal was trock was geht trock ich verabschiede mich mal dank fürs zuschauen chat wir sehen uns wir sehen uns am mittwoch wieder morgens kein stream am mittwoch wieder mit once human ich bedanke fürs zuschauen lass gerne follow da um keinen stream mehr zu verpassen ansonsten hab noch einen schönen abend haust du ruhig auf gute nacht später vielleicht noch was zu essen trinken nicht vergessen bei der hitze trinken nicht vergessen vor allem oh was ist das stopp also jetzt nicht ausladen ok genau ähm ja ist der dennis online nicht oder ne der hat heute op stimmt ja ja stimmt 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 so kurz fragen genau chat dann habt noch einen schönen abend und wir sehen uns mittwoch spätestens 19 uhr eigentlich mittwoch 19 uhr aber ich komm vielleicht früher wahrscheinlich eventuell ok chat machts gut und bis mittwoch peace hab ihr lieb abone abone abone